Wenn einzelne Brenner eures Gasgrills nicht mehr zünden, dann habe ich folgenden Tipp. Als erstes mal das Gas abdrehen. Oder wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, löst eure Verschraubung hier, nachdem ihr es abgedreht habt. Dann das Gas durch einen funktionierenden Brenner entweichen lassen. Wenn nichts mehr kommt, abschalten. Dann die Roste rausnehmen. Die Brennerabdeckung abnehmen. Und dann sieht man hier neben den Brennern den Piezozünder. Und da springt normalerweise der Funken über. Und das kann verschmutzt sein. Und dann nehmt ihr einen normalen Pinsel und wischt einfach über diesen Zünder mal drüber, damit eventuell Schmutz und Fett etc. entfernt wird. Und das könnt ihr ab und zu mal bei allen Brennern machen. Testen. Wieder alles zusammensetzen. Und fertig.